Wenn man nach zehn Jahren Zuchthaus in diese wild gewordene Bundesrepublik kommt, da hat man einfach Angst vor, da haben Sie Angst vor diesen tausend nötigen Entscheidungen, Angst vor der Freiheit. Wenn Sie versuchen, mich loszuwerden, ja, dann schick ich Sie über den Jordan. Ich hab zehn Jahre Routine und sowas und da kommen Sie nicht mit. Ich will ums Verrecke Lehrerin werden. Entzieherin und Praktikant. Mach der Direktor glatt ne Unzucht mit Abhängige draus und dann Studium ade. Wer ist denn der Boss hier? Was ist los? 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 Los, zieh das an. Zieh das wieder an! Was machst du? Lass ihn los oder ich springe! Springen los, du Feige! Genau, spring nach! Wenn auch was... Nein! Nein! Hey! Oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Herzlich Willkommen Ein Film von Harkboom